Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschung Show. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschung Show bei Pearl TV. Herzlich willkommen zur 5 Euro Überraschung Show. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind hier zur 5 Euro Überraschung Show. Es heißt wieder eine halbe Stunde lang ein Produkt nach dem anderen, was weder Ingo noch Kristen noch ich wissen, was auf uns zukommt. Und wir wissen nur eins, alle Produkte sind jetzt für Sie runtergesetzt auf gerade mal 5 Euro. Vor wenigen Minuten noch deutlich mehr. Wir drücken den Wasser, legen los, starten in die erste Runde und lassen uns mal überraschen, was denn heute Spannendes wieder mit dabei ist. Oh, es ist klein. Oh, toll. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Das sieht aus wie eine Powerbank. Ganz genau. Es ist unsere Powerbank in Kreditkartenformat mit 5000 mAh, zwei USB-Ports und das Ganze ist Ihr mobiler USB-Akku in extra kompaktem Format. Er ist kaum größer als eine Checkkarte. So reicht ihm auch der kleinste Platz in Jackentasche, Handtasche, Rucksack und Reisegepäck aus. Für alle Ihre USB-Mobilgeräte geeignet, ob es der mobile Lautsprecher ist, der E-Book-Reader oder das Tablet-PC. Und was ich genial finde, man kann gleichzeitig zwei Geräte aufladen und das ist schon was sehr Praktisches. Ja, ich sehe das gerade. Der hat zwei USB-Ports hier dran und einen anderen, der ist zum Laden. Man kann zwei gleichzeitig laden und der ist ja wirklich sehr, sehr klein. Also das ist fast in jede Tasche. Ich kann ihn bei mir in die Brusttasche stecken oder in die Jacketttasche oder in die Jeans-Tasche. Das ist ja wirklich mal was sehr, sehr Praktisches, Tolles. Und fünf Euro ist ja der Wahnsinn. Ja, ein absoluter Wahnsinn, vor allem zu diesem kleinen Preis. Und es gibt ja oft so Situationen, da wünscht man sich einfach mal, den Strom immer und überall dabei zu haben. Und damit sind sie einfach für alle USB-Geräte gut ausgestattet. Man sieht ja auch klein, praktisch, passt überall natürlich auch mit hinein. Und vor allem auch Kevin aus Linz ist schon glücklicher Besitzer. Er schreibt, diese Powerbank wird mein ständiger Begleiter bei meinen Freizeitaktivitäten, passt in jede Hosentasche, liefert den nötigen Strom und ist sogar mit kleinen, mobilen Solarzellen wieder aufladbar. Das ist aber eine coole Idee, dass man das natürlich auch so nochmal autark wieder mit aufladen kann. Aber sowas für fünf Euro. Ich glaube, sonst deutlich teurer. Sie bekommen es jetzt für fünf Euro. Bis zu fünfmal darf man natürlich auch wieder zugreifen. Und Kristen, du brauchst sowas auch immer öfters. Sie vergisst es manchmal, nachts zu laden und dann ist das natürlich wirklich toll. So eine Powerbank auf. Dann nimmt sie immer Reifs. Wir haben nämlich eine bei uns immer am Schreibtisch liegen. Und wenn die dann immer nicht da ist, wissen wir ganz genau, Kristen hat sie. Ja, Sie kriegen das jetzt hier für fünf Euro. Deswegen schnell sein. NX 4807 und die 569 ist die Bestellnummer für Sie. Ganz wichtig, nur mit der 569 bekommen Sie hier unseren TV-Sonderpreis. Wenn Ihnen etwas gefällt, zögern Sie nicht zu lange, sondern rufen Sie ganz schnell an unter der 0181 51 51 und dreimal die zwei. Wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von knapp 25 Euro. Sie bekommen es jetzt für fünf Euro, aber nur innerhalb der nächsten zwei Stunden. Ist ja auch eine schöne Möglichkeit, mal der Familie eine kleine Überraschung zu geben. Vielleicht auch immer mal eins im Auto mit dabei haben, eins in der Handtasche, eins in der Jackentasche. Ich muss sagen, ich gehe nicht mehr ohne Powerbank aus dem Haus. Nein, das ist ja so oft, dass man abends keinen Saft mehr auf dem Handy hat und dann ist so eine Powerbank einfach unerlässlich. Und die Größe ist einfach wirklich faszinierend für das, was sie kann. Ja, die ist absolut faszinierend. Und wir schauen mal, was als nächstes kommt in der 5-Euro-Überraschungs-Show mit noch mehr Produkten als sonst. Aber sollen Sie sich mal überraschen lassen, was wir dabei haben? Oh, was wird das denn, Diana? Oh, das ist ja schön groß. Die sind richtig, richtig praktisch. Du brauchst noch einen Boden. Das ist ein Zweierset-Aufbewahrungsboxen mit Deckel faltbar, 31 mal 31 mal 31 Zentimeter. Die sind ja praktisch 5 Euro. Die passen auch in Regale schön. Die passen supergut, gerade in diese modernen, offenen Regale. Da kannst du die natürlich richtig schön mit reinstellen. Und es gibt ja oft so Regale, da wünscht man sich jetzt eben nicht, dass jeder weiß, was da irgendwie an Inhalt ist. Zum Beispiel auch mal so ein Schuhregal oder vielleicht auch mal draußen für die Kommode. Oder wenn Sie das vielleicht auch für den Flurbereich nutzen. Viele nehmen sowas aber auch für den Kleiderschrank und verstauen da zum Beispiel Sommerkleidung drin, dickere Wintersachen. Also sowas ist schon sehr hilfreich. Nein, es ist einfach praktisch, um Ordnung zu halten. Und es sieht sehr ordentlich aus. Im Kinderzimmer, wie viel kleines Spielzeug liegt da immer rum? Und das kann man einfach in diese praktischen Boxen tun. Und die sind ja quadratisch und haben einen Einlegeboden, sehe ich. Die sind also auch sehr stabil. Die fühlen sich wirklich gut an. Also nicht, das ist nicht irgendeine Pappschachtel, das ist richtig mit Stoff bezogen. Schnell und ohne Werkzeug aufzubauen. Klappen Sie die Boxen einfach auseinander, legen Sie die Böden rein. Mensch, das ist doch toll. Ideal für Bürokinderzimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Spiel oder Kinderzimmer. Überall, wo viele, viele Dinge rumliegen, die eben Unordnung machen. Und mit diesen Boxen kann man Ordnung machen. Und sie sieht sehr ordentlich aus, finde ich. Das ist also wirklich mal was Schönes. Es hat auch Stil und es ist sogar stapelbar, steht hier. Ja, es sind ja Zweier. Also sie dürfen ja auch hier wieder beim Zweier-Set bis zu fünfmal natürlich auch zugreifen. Ich würde sowas zum Beispiel auch sehr praktischerweise dann später wieder nutzen, wenn du den Weihnachtsbaum abdekorierst. Bevor du das in irgendeinen Schuhkarton oder so hineintust, nimmst du einfach solche Boxen. Da kann man das eben auch mal schnell wieder Ordnung schaffen. Du hast alles schön sortiert. Und vor allem, wenn du sie mal nicht brauchst, dann nimmst du einfach nur den inneren Boden wieder einmal heraus, setzt sie wieder zusammen. Und vor allem auch die Farbe, die ist richtig stylisch, richtig modern. Nee, die sind schick und ausgesprochen praktisch und sehen sehr ordentlich aus. Wirklich, die sind richtig toll. Das ist unser Zweier-Set. Aufbewahrungsboxen mit Deckel faltbar sind die. 31 x 31 cm in Braun. NX 82 22 569. Denken Sie an die 569 am Ende. Fünf Euro nur, und das ist die Bestellnummer, NX 82 22 569. Wenn Sie heute tagsüber schon bestellt haben und vielleicht nicht ganz bei 150 Euro sind, können Sie das einfach dazu tun. Und dann werden wir das auch noch versandkostenfrei zu Ihnen schicken. Genau. Das ist die NX 82 22 569. Ja. Das fängt ja richtig gut an heute mit der Show, ne? Es geschmarrt weiter. Deswegen drücken wir schon wieder den Basser. Lassen Diana loslaufen und schauen mal, was als nächstes denn schon wieder kommt. Es ist nicht so schwer. Das sieht aber auch edel aus. Das ist etwas Elegantes fürs Bad. Wir fangen aber mit dem Zahnputzbecher an. Und das ist eben jetzt nicht nur der Zahnputzbecher, sondern auch noch ein Halter mit Saugnapfhalterung und sogar zwei Bechern. Und das in dieser tollen Edelstahl-Variante. Lästiges Bohren und hässliche Bohrlöcher waren gestern. Dank des großflächigen Saugnapfes hält dieser Zahnputzbecherhalter sicher auf allen glatten Oberflächen. Ganz ohne Werkzeug hängt er im Nu. Ideal für Bad und Küche. Bewahren Sie bis zu zwei Zahnputzbecher stilsicher und platzsparend auf. Die Becher sind gleich mit dabei. Zudem haben Sie sie stets im Griffweite einfach neben dem Waschbecken anbringen. Und es gibt ja ganz oft gerade so in Mietswohnungen, dass du da jetzt nicht irgendwie in die Fliesen reinbohren darfst oder auch sollst. Und vor allem auch nicht in die Fugen. Dann ist ja sowas genau praktisch. Ja, das ist unglaublich praktisch, weil man kein Werkzeug braucht. Und die sehen auch stabil aus. Und durch den großen Saugnapf sind die auch stabil an der Wand. Also das kann ich mir wirklich gut auch bei uns zu Hause, egal ob das jetzt eine Mietwohnung ist oder eine Eigentumswohnung. Wer will schon sein Bad jetzt endgültig mit Löchern voll machen. Dann kann man es einfach an die Wand hängen. Das ist schon praktisch. Oder an der Badewanne. Guck mal hier bei uns im Einspieler. Das sieht ja auch toll aus. Und es ist halt super elegant mit diesem Chrom. Man kann die, glaube ich, sogar in die Spülmaschine tun. Das heißt, man braucht die gar nicht selber sauber zu machen, sondern kann die in die Spülmaschine tun. Das ist alles sehr praktisch. Ich finde das toll. Das ist auch waschbar per Spülmaschine. Wir haben hier übrigens ein SGS-zertifizierte Belastbarkeit pro Saugnapf von bis zu 5 Kilo. Also 5 Kilo wiegt, glaube ich, kein Zahnbutzbecher. Also da ist man natürlich auch hier nochmal auf der absoluten Sicherheit. Nikolas aus Berlin schreibt auch, wir sind sehr zufrieden mit dem Produkt. Es hält super und sieht zudem noch sehr schön aus. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Und vor allem gerade auch mit diesem tollen Produkt. Ein riesengroßer Vorteil. Das sieht auch richtig hochwertig aus. Es sieht sehr elegant aus. Finde ich auch. Sie mag, wie einfach und sauber das aussieht. Sehr, sehr schön, sagt Kristen. Sehr hübsches Set, sagt sie. Ja, das Set kommen wir gleich dazu. Jetzt gibt es erstmal unseren Zahnputzbecherhalter mit natürlich den zwei Bechern mit der Bestellnummer NX9051 und der 569. Auch hier wieder bis zu 5 mal dürfen Sie zugreifen. Auch wenn Sie vielleicht unten im Gäste-WC haben und da vielleicht auch gerne mal einen Zahnputzbecher haben möchten oder ich zu Hause habe zum Beispiel im Schlafzimmer eins und wir haben oben noch ein größeres Hauptbad. Da ist das natürlich die perfekte Kombination. Wir haben aber praktischerweise gleichzeitig auch noch den passenden Seifenhalter mit dazu. Auch da wieder mit einem Saugnapf und auch diesem verkromten Edelstahl. Und vor allem der große Vorteil ist ja hier, dass man immer die Seife parat hat. Ob das in der Dusche ist, ob das vielleicht am Gäste-WC ist oder ob du das vielleicht auch irgendwie, auch in der Küche würde ich zum Beispiel. Auch da solltest du ja jetzt in diesem Jahr generell wieder ein bisschen mehr auch auf Handhygiene achten. Ja, man soll sich ja wirklich jeden Tag ständig die Hände waschen im Moment zu diesen Zeiten. Und was ich so praktisch finde, ist, dass das so ein Gitter drunter hat. Das heißt, man kennt das, wenn Seifen in irgendwelchen Schalen liegen, dann wird es so schmierig und eklig unten. Hier bleibt die immer trocken und in Form. Das ist wirklich sehr schön. Und mit 5 Kilo Belastbarkeit ist das wirklich auch super stabil. Und auch hier wieder muss man nicht bohren. Man kann das einfach mit dem Saugnapf an eine glatte Oberfläche machen. Ob das jetzt Fliesen im Bad sind oder auch in einer Duschwand, kann ich mir das gut vorstellen. Und da passt ja wirklich eine Menge rein. Also 5 Kilo, da kann man eine ganze Menge reinstellen. Auch Shampooflaschen und was weiß ich. Es ist wirklich praktisch. Da würde ich mir gleich mehrere von bestellen. Und das Schöne ist ja, dass man zusätzlich eben es auch ganz leicht wieder entfernen kann. Weil sollte man doch mal wieder die Wohnung wechseln. Oder ich würde sowas zum Beispiel auch manchmal mit ins Hotelzimmer nehmen. Weil wenn du mal in der Ferienwohnung oder im Hotelzimmer bist und da gibt es sowas nicht und du nutzt aber Seife oder vielleicht auch einen Zahnputzbecherhalter, den kannst du ja ganz schnell auf und ab machen wieder. Ja und vor allem ist dein eigener Zahnputzbecher und dein eigener Seifenhalter, das ist wirklich schön. Ja große Chance für Sie. Die Bestellnummer ist die NX8601 und die 569 hier für unseren Seifenhalter. Perfekt natürlich auch wieder in dieser tollen Variante. Ob Sie ihn in der Dusche anbringen, an der Badewanne oder eben direkt an Ihrem Waschbecken. Super praktischerweise ist er natürlich immer und sofort einsatzbereit zum kleinen Preis von 5 Euro. Aber auch da müssen Sie wieder schnell sein. Denn ich glaube auch das sind riesengroße Chancen und vor allem auch wieder Produkte, die man alltäglich immer gebrauchen kann. Und ich denke auch das nächste Produkt können wir wieder gebrauchen und es ist Preisalarmzeit. Das heißt jetzt kommt ein Produkt, was ja normalerweise nicht in unsere 5 Euro Überraschungsshow gehört. Nein. Die hatten wir letztens noch im regulären Programm. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Schau sie dir mal an, die ist so hübsch diese Uhr. Das ist so ein richtiges modernes Design vor allem. Das ist eine kompakte USB-LED-Tisch- und Wanduhr mit sieben Segmentziffern in zwei Farben. Mach doch mal an, die sieht ja sehr elegant aus schon. Lassen Sie die Uhrzeit dekorativ leuchten. Die großen weiß oder rot leuchtenden LEC-Siffern zeigen Ihnen die Uhrzeit an. Ein echter Blickfang für die Wand, den Tisch, die Kommode oder das Regal in Wohnzimmer, Küche, Büro, Flur und vieles mehr. Das sieht ja wirklich elegant aus. Das ist mal vor allem, das ist auch groß genug, dass man das lesen kann, ohne dass man jetzt seine Brille aufsetzen muss. Ich finde das sehr schön, 16.55 Uhr und bei dir ist es 0 Uhr. Naja, die sind nicht gestellt, aber das ist wirklich mal ziemlich elegant. Und vor allem sehr modern. Ich finde, erstens haben die so ein bisschen Retro-Charme. Ich erinnere mich immer so an die 70er und 80er Jahre schon durch das Design. Aber sie sind modern, denn es ist ganz klar LED-Technologie hier verarbeitet. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber nachts gucke ich ja gerne mal auf die Uhr. Aber ich muss dann immer erst meine Brille aufsetzen, bis ich da wieder mal den normalen Wecker lesen kann. Hier habe ich jetzt überhaupt nicht das Problem, sondern hier bin ich natürlich vollkommen flexibel, kann die Zeiten auch sehr gut ohne Brille natürlich auch lesen. Und das hier wieder zum kleinen Preis von 5 Euro. Eine große, große Chance. Alleine schon hier die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Knapp 30 Euro. Sie bekommen es jetzt für 5 Euro, aber als Preisalarm leider nur einmal pro Tag und einmal pro Besteller. Aber ein ganz, ganz tolles Produkt. Wie du sagst, der Sekunden bei der Julian M. aus Bad Belling meint auch, ich nutze die Uhr, um in der Nacht auch ohne Brille und ohne das Licht einschalten zu müssen, die Uhrzeit ablesen zu können. Es ist dimmbar und man kann es in Rot oder Weiß leuchten lassen. Und man kann sich, es hat sogar eine integrierte Wegfunktion. Kristen, where would you put this? Also ich habe Kristen gefragt, wo sie es hin tun würde. Sie sagt, es ist so cool. Es ist nicht wie eine typische Uhr. Es ist so anders. Ich möchte es in einem Ort, wo jeder es sieht, wenn sie zu meinem Haus gehen. Sie möchte, dass das irgendwo steht, wo es jeder sehen kann, wenn er in die Wohnung kommt. Weil sie das so toll findet. Das ist auch so eine Statement-Uhr. Die willst du nicht irgendwo nur im Schlafzimmer aufstellen, sondern die würde ich auch direkt in den Flur vielleicht hineinhängen oder ins große Wohnzimmer vielleicht. Oder auch, ich kann mir das auch schön als Küchenuhr vorstellen. Wenn du das in der Küche auch mit aufhängen kannst. Das ist ja das Schöne. Man kann es praktischerweise im hinteren Bereich einfach mal mit aufhängen. Und vor allem für Uhren. Wie viel Geld gibt man sonst für Uhren aus? Sie können es jetzt hier natürlich auch für kleinen Preis von 5 Euro haben. Und natürlich habe ich auch hier diese unterschiedlichen Dimmbarkeiten. Aber auch Ihre große Chance ist es jetzt hier schnell zu sein. Ja, wie gesagt, das ist unser Preisalarm. Das heißt, Sie können sich nur eins bestellen pro Tag, pro Besteller. Das ist die kompakte USB-LED-Tisch- und Wanduhr. Sieben Segmente von zwei Farben. NX 4781-569. Denken Sie an die 569 am Ende. NX 4781-569. Hier sehen wir es auch nochmal in Rot. Also es ist wirklich in zwei Farben. Und ein Schmuckstück für jede Wohnung eben, würde ich auch sagen. Das passt auch zu allen Einrichtungsstilen, würde ich sagen. Die NX 4781-569. Seien Sie schnell, ich glaube, die gehen schnell weg zu diesem Preis. Das ist wirklich was Besonderes, eben unser Preisalarm. Ja, genau. Preisalarm bedeutet nur einmal pro Tag, einmal pro Besteller dürfen Sie jetzt hier zugreifen. Deswegen schnell sein und vor allem sich diese Chance einmal sichern. Und schnell sollten Sie auch sein beim nächsten Produkt. Denn wir sind stark bereit für die nächste Runde, für das nächste. Wow, das ist aber ein großes Paket. Und leicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was es hier Schönes gibt. Und, uh, das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist ein Zweierset unserer Fahrradrückspiegel mit Lenkerhalterung für rechts und links. Ja, und das gehört normalerweise in meinen Augen an jedes Fahrrad nehme ich mit dazu. Denn beim Auto möchte man auch nicht auf Rückspiegel oder Seitenspiegel verzichten. Und das können Sie jetzt ab sofort nämlich auch. Denn Sie haben jetzt hier die Chance, Ihr Fahrrad noch mal ein bisschen aufzuwerten. Und es gibt ja ganz oft Situationen, dass man mit dem Fahrrad unterwegs ist, wo sonst viele Autos fahren. Oder vielleicht überholt einer einen von hinten. Und Sie kriegen das vielleicht so auf der normalen Art und Weise nicht mit. Hier sehen Sie natürlich ganz genau, was im hinteren Bereich Ihres Fahrrads los ist. Plus zusätzlich haben Sie aber auch noch mal diese zusätzliche Sicherheit am Spiegelgehäuse. Dank nämlich der nach vorne gerichteten weißen Reflektoren ist an jedem Spiegelrücken noch mal auch da im Dunkeln natürlich besser wahrzunehmen. Ja, das ist ja richtig wie ein Katzenauge. Das heißt, wenn Sie von vorne angestrahlt werden, reflektiert es zurück. Und es ist nach wie vor, also es ist allein schon aufgrund der Sicherheit, gehört das wirklich an jedes Fahrrad ran. Und hier bekommen Sie das Set für rechts und links. Können Sie beide, also haben das Komplettset eigentlich, dass Sie auf beiden Seiten hinter sich sehen können, was passiert da, kommt da jemand, muss sich auf irgendwas aufpassen. Es ist einfach, ein Auto hat ja auch zwei Rückspiegel, ein Fahrrad muss auch zwei Rückspiegel haben. Ich finde das eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Anschaffung. Und fünf Euro ist, also unsere Fünf-Euro-Show überrascht mich jedes Mal. Das ist wirklich toll. Man weiß ja nie, was kommt. Und das ist was sehr Sinnvolles eben für die Sicherheit. Aber auch optisch macht das relativ viel her, finde ich. Das macht sehr, sehr viel her. Und vor allem zu diesem kleinen Preis. Wir hören gerade auch schon wieder, unser Zahnputzbecherhalter und Seifenspender ist auch schon stark nachgefragt. Unter anderem Else, liebe Grüße an Sie. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wenn Sie auch viel mit dem Fahrrad unterwegs sind, empfehle ich Ihnen gerne auch mal hier unsere Spiegel. Mit der Bestellnummer der NX 1483 und der 569 bekommen Sie hier zum kleinen TV-Sonderpreis von 5 Euro. Und ich muss es ehrlich sagen, probieren Sie es einmal aus. Es ist ein viel, viel besseres Fahrgefühl, wenn ich einfach auch nochmal weiß, was im hinteren Bereich einfach bei mir mit wichtig ist. Sie sehen es auch, unsere Kollegin Anne-Kathrin ist da auch immer viel mit dem Fahrrad unterwegs. Und gerade wenn sie dann nochmal ihre Seitenspiegel nochmal mit hat, dann ist man einfach nochmal ein bisschen gewissermaßen mehr abgesichert. Die sind auch stabil, also man hat da richtig was in der Hand, wenn man das, ich habe das ja eben gefühlt, also es ist einfach anzubringen, wie eine Fahrradklingel im Prinzip. Und dann hat man auf beiden Seiten einen Rückspiegel. Das ist eigentlich toll. Ja, sehr toll. Und jetzt schauen wir auch mal, was als nächstes denn für Sie kommt. Und wir lassen uns mit Ihnen gemeinsam überraschen, denn Sie sehen es ja schon wieder, es sind spannende Produkte und vor allem aus jedem Bereich etwas mit dabei. Und Chris, Taschenlampe? Das ist nicht eine Taschenlampe, das ist eine 2 in 1 LED Taschenlampe mit COB LED Arbeitsleuchte. Magnetisch ist die, hat 250 Lumen, das ist also wie hell sie ist, und 2,5 Watt Lichtstärke. Handlich genial, leicht robust und zweifach leuchtstark. Das ist ja toll. Also diese LED-Lampen sind ja immer recht, die sind nicht ganz preiswert normalerweise. Und gerade wenn das jetzt noch so eine Arbeitsleuchte dran hat, wie ich das hier sehe, also hier dieses längliche Licht, dann ist es ja im Prinzip eine doppelte Funktion dieser Taschenlampe. Dass Sie also auch mal, wenn Sie im Motorraum irgendwas zu tun haben, vom Auto oder mal irgendwo eine Lampe hinlegen müssen, wo Sie Licht brauchen, dann ist mit einer Taschenlampe alleine, hat man dann so diesen zentrierten Punkt. Und dieses macht ja doch ein Streulicht dann und ist wie ein Licht im Haus oder wo man immer diese Lampe braucht. Gerade an Stellen, die kein Licht haben oder wo es immer dunkel ist, kann man dann auch schon mal eine Schraube finden oder wenn einem was runtergefallen ist, eben alles Mögliche finden. Oder mal unter das Sofa gucken, was haben wir da eigentlich alles. Das ist schon sehr praktisch, ne? Ja, vor allem gerade auch noch mal durch diese praktische Halterung, dass ich es überall natürlich auch anbringen kann. Ob es jetzt eben bei Christen, wie Sie es jetzt mal hier an der Kleidung angebracht haben, oder ob Sie sie vielleicht eben auch einfach woanders anbringen wollen. Man ist hier vollkommen flexibel. Ich stelle mir das auch schön vor, wenn man vielleicht auch mal in einem Zelt übernachtet. Du kannst das ja durch oben, diese Halterung, auch ganz einfach mal so ein bisschen durch die Gestäbe auch mit festmachen oder am Stoff auch mal mit fixieren. Und man hat eben auf der einen Seite diese sehr helle Arbeitsleuchte, um natürlich auch mal gezielter oder auch ein bisschen effektiver zu arbeiten. Und sobald ich es zweimal nochmal drücke, habe ich dann natürlich auch gleichzeitig eine praktische Taschenlampe. Und das alles hier in einem Produkt für 5 Euro Spitzenprodukte. Sie sollten schnell sein und Ihre Chance natürlich nutzen. Naja, der ist vor allem auch magnetisch. Das heißt, du kannst es an jeder magnetischen Fläche, an jedem Metallfläche einfach festmachen. Das ist unsere 2in1-LED-Taschenlampe mit COB-LED-Arbeitsleuchte, magnetisch 250 Lumen mit der Bestellnummer NX6635569. Denken Sie an die 569, damit Sie diesen 5 Euro Sonderpreis kriegen. Der Preis ist gültig für die nächsten zwei Stunden. Also beeilen Sie sich. Das ist die NX66352in1-LED-Taschenlampe mit Arbeitsleuchte, magnetisch 250 Lumen. Das ist auch sehr hell. Also ich habe das ja eben gesehen, trotz unseres Studios-Lichtes kam da wirklich gut Licht raus. Und sie ist magnetisch und hat einen Halter, dass man sie ins Hemd stecken kann oder an den Gürtel. Die NX66352in1-LED-Taschenlampe mit COB-LED-Arbeitsleuchte. Was kommt denn jetzt wohl als nächstes? Ich bin ja echt gespannt. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Wir drücken den Wasser, schauen noch einmal, was Spannendes denn hier noch so auf uns wartet. Und ja, vielleicht haben auch Sie ja noch einen bestimmten Wunsch oder vielleicht kann Diana auch Ihren Wunsch erfüllen. Lassen wir uns doch einfach mal zusammen hineinschauen. Das ist auch sehr wichtig. Das ist ein digitaler Energiekostenmesser mit 180 Grad drehbarem Display. Damit optimieren Sie nämlich Ihre Energiekosten. Entdecken Sie ab jetzt, wie viel Strom Ihre Geräte verbrauchen. Und finden Sie so unnötige Stromfresser. Der ist sofort startklar. Stecken Sie Ihr neues Messgerät einfach zwischen Gerät und Steckdose. Schon lesen Sie den aktuellen Verbrauchswert ab. Im Betrieb oder eben auch im Standby-Zustand. Man hat alle Werte auf einen Blick. Denn Sie wechseln einfach auf Knopfdruck die Displayanzeige. So sehen Sie zum Beispiel die aktuelle Leistungsaufnahme, die aktuelle Netzspannung und den Energieverbrauch. Und er kann Ihnen sogar noch Ihre Stromkosten ermitteln. Nämlich nach einmaliger Eingabe Ihres Stromtarifes rechnet Ihr neuer Helfer Ihnen in Euro und Cent aus, wie viel Stromkosten Ihre Geräte verursachen. So sehen Sie schnell, wo Sie sparen können. Und ob es zum Beispiel an der Zeit ist, einen energieeffizienteren Kühlschrank zum Beispiel anzuschaffen. Ja, das hat mich überrascht. Ich habe so ein Strommessgerät, längst nicht so günstig natürlich, bei uns mal angeschlossen. Es gibt viele Geräte, die im Standby-Modus wahnsinnig viel Strom brauchen. Und wir haben einen neuen Kühlschrank. Und wir dachten, der ist jetzt daran schuld, dass wir so viel Strom verbrauchen. Aber der hat fast gar nichts gebraucht. Und das ist interessant. Also da hilft einem so ein Strommessgerät schon sehr, dass man diese Stromfresser, nenne ich sie mal, identifizieren kann im Haushalt und damit echtes Geld sparen kann. Also wenn das hier 5 Euro kostet, dann hat man das also ganz schnell auch wieder raus, möchte ich mal sagen. Ja, das hast du super schnell wieder raus. Und dadurch, dass man das drehen kann, kann man es von jeder Position sehen. Egal, ob man das jetzt direkt vorheim ist oder am Boden irgendwo, dann dreht man es einfach nach oben und kann es von da lesen. Und es rechnet tatsächlich aus, wie viel Geld es kostet. Das ist ja Wahnsinn. Man kann ihre Stromkosten komplett ermitteln, beziehungsweise komplett herausfinden. Wenn Sie es haben möchten, müssen Sie schnell sein. NC 5561 und die 569. Sie sehen es hier gerade. Ein Produkt nach dem anderen. Das ist unsere 5 Euro Überraschungsshow. Auch gerade nochmal durch das drehbare Display ist das natürlich ein riesengroßer Vorteil. Und sowas ist auch einfach mal die Anschaffung wert, es einfach mal vorratsmäßig auch zu Hause zu haben. Wenn du vielleicht in den letzten Tagen mal neue Geräte bekommst, kannst du erst mal ermitteln, kann ich die im Stand-by-Betrieb weiterlaufen lassen oder sollte ich sie vielleicht doch lieber rausziehen, wenn ich längere Zeit nicht da bin. Ja, man kann halt ganz genau sehen, welches Gerät wie viel Strom kostet. Ganz effektiv. Und da kann man unglaublich viel Geld sparen. Ich meine, unsere Stromrechnung ist alle hoch. Was kommt denn als nächstes? Eine sehr aufregende Show heute. Wir schauen einmal, was Spannendes kommt. Oh, wir kriegen jetzt auch ein großes Paket. Oh, das ist auch schwer. Was kann das denn sein? Aha. Mit was fangen wir an? Schwarz oder Weiß, Ingo? Schwarz. Schwarz fangen wir an. Das ist eine Solar-LED-Dachrinnenleuchte, 20 Lumen, 0,2 Watt, Lichtsensor in schwarz. Komfortable Beleuchtung für Terrasse, Balkon, Einfahrt und Gartenweg. Die Solarleuchte spendet bei Dunkelheit automatisch angenehmes Licht und sorgt für mehr Sicherheit rund ums Haus. Überall schnell angebracht mit der praktischen Klemmhalterung befestigen Sie die clevere Leuchte im Handumdrehen an der Dachrinne, am Gartenzaun, Fahrradschuppen oder Carport. Das heißt, man braucht überhaupt nicht zu bohren, man kann die einfach überall, wo etwas ist, ranhängen. Das ist natürlich toll. Und vor allem, du musst keine Kabelleitungen legen oder irgendwie jetzt großen Kabelsalat erzeugen. Du musst auch keine Stromsteckdose oder eine Stromdose in der Nähe haben, sondern man ist hier vollkommen mit der Solarenergie unterwegs. Einmal aufgeladen, leuchten die natürlich dann automatisch los. Wir haben zwei Farbvarianten. Einmal natürlich diese schöne schwarze Variante, passen natürlich auch zu vielen Häusern oder auch zu vielen Carports oder eben auch Dachrinnen. Aber wir haben das auch später noch in weiß sogar, Ingo. Ja, diese Solartechnik ist ja die Technik der Zukunft, weil sie komplett klimaneutral und CO2-frei ist. Und die scheint richtig hell. Und ich lese hier gerade, die hält acht Stunden, hält das Licht. Und das ist ein sehr angenehmes Licht. Also wenn man draußen irgendwo Licht braucht und man will ja nicht kein Kabel dahin legen, da hast du absolut recht, durch diese Solartechnik ist das natürlich eine tolle Sache. Und man braucht nicht zu bohren. Das ist wirklich toll. Und für fünf Euro, das ist wirklich der Wahnsinn wieder mal. Es hat einen Dämmerungssensor, das heißt, es schaltet die Leuchte bei Dunkelheit automatisch ein. Ja, und jetzt haben wir aber auch noch gerne die weiße Variante. Sie müssen jetzt einfach nur entscheiden, welche Sie möchten. Sie dürfen natürlich beide sehr, sehr gerne auch fünfmal bestellen, ob Sie die Schwarzen oder die Weißen wollen. Ich würde da auch nicht nur eine nehmen, ich würde da mehrere nehmen. Gerade wenn du so eine Dachrinne vielleicht an einem Weg lang hast, dann kannst du das schön natürlich auch mit ausleuchten oder auch nochmal zu zusätzlichen schöner Beleuchtung eben auch führen. Das geht alles hier mit solchen Helfern. Und ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es so etwas für Dachrinnen überhaupt gibt. Nein, wusste ich auch nicht. Also wir haben welche zum Kleben, aber das ist natürlich blöd, weil da ist dann der Kleberückstand immer dahinter. Weil bei uns ist keine Lampe, wenn man zur Tür reinkommt. Und wir haben da immer Schwierigkeiten mit dem Schlüssel im Dunkeln das Schlüsselloch zu finden. Und sowas ist natürlich dann optimal, weil es keinen Strom braucht, kein Gabel. Und man braucht nicht mal Batterien zu wechseln durch dieses Solar. Ja, unser Preisalarm ist auch jetzt schon wieder super stark nachgefragt. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Bei dieser Uhr wäre ich auch ganz schnell in der Leitung gewesen. Vor allem für 5 Euro. Inge, Sie haben unter anderem alles richtig gemacht. Liebe Grüße natürlich auch an Sie. Und jetzt schauen Sie mal, Diana, Christian beleuchtet mich jetzt hier auch nochmal. Das ist das Schöne. Sie dürfen das Ganze natürlich auch jetzt hier einfach mal nutzen. Machen Sie schnell und rufen Sie gerne an unter der 0185151 und dreimal die 2. Das war sie schon wieder, ne? Ja, wir haben die NX 5701569 für die Dachrinnenleuchte in schwarz und die NX 548569 für die Dachrinnenleuchte in weiß. Ja, das war sie schon wieder unsere 5 Euro Überraschungsshow. Wir sagen recht herzlich Dankeschön. Jetzt schnell sein und anrufen, damit Sie sich auch noch Ihre Lieblingsprodukte sichern. Und dann sehen wir uns später gerne wieder. Bis zum nächsten Mal.